Die Schrebergärten Wenn Daniel Moritz Schreber durch Leipzig spaziert, gilt sein Augenmerk vor allem den Parks und Gärten. Gradlinig angelegte Beete und Rabatten begeistern ihn. Für wild wachsendes Gestrüpp und ungepfilligte Grünflächen hat er allenfalls Verachtung übrig. Die gebändigte, in Bahnen gelenkte Natur ist dem ehrgeizigen Orthopäden zugleich Inspiration für seine Arbeit in der Krankengymnastischen Klinik der Stadt. Denn durch Leibesübungen am Busen der Natur will er Mitte des 19. Jahrhunderts schiefgewachsene und kränkliche Kinder zu gradlinigen, wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft heranziehen. Der Leitsatz vom gesunden Geist in einem gesunden Körper gehört zu seinen Maximen. Als besonderes Forschungsobjekt dienen ihm dabei die eigenen sechs Kinder. Um ihren Wuchs dem einer gepflegten Zimmerpflanze anzupassen, legt er ihnen Schienen an, die Kopf und Körper in ein stehlernes Korsett zwängen. Außerdem werden sie nachts in ihren Betten fixiert und bekommen Anti-Onanier-Apparaturen umgeschnallt. Vier der sechs Kinder erweisen sich dieser floristisch inspirierenden Pädagogik als nicht gewachsen. Sie sterben später in der Psychiatrie. Sohn Daniel Paul Schreber bringt es sogar bis zum international anerkannten Forschungsgegenstand und seine Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken beschäftigen noch Generationen von Psychoanalytikern. Sein Vater Daniel Moritz bekommt davon allerdings nichts mehr mit. Er stirbt im Alter von 53 Jahren, 1861 in Leipzig. Drei Jahre nach seinem Tod gründet Ernst Hauschild einen Verein, dessen Turn- und Spielplatz zur Kindererziehung im Sinne des Verstorbenen Daniel Moritz Schreber dienen soll. Da der verordnete Drill den Kindern jedoch wenig Freude bereitet, wird die Fläche bald anders genutzt. Nun sind es die Eltern der bewegungsmüden Kinder, die Obst und Gemüse auf dem verwaisten Gelände anbauen und ihren parzellierten Garten Eden nach Daniel Moritz nennen. Schrebergarten.